Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Machine Learning. Heute geht es um das sogenannte Code Training. Code Training, wie der Name schon sagt, trainiert dich nur einen Klassifizierer, sondern gleich mehrere. Und wie wir das machen ist folgendermaßen. Wir nehmen jetzt einfach mal an, wir können unsere Daten, die wir hier aufgemalt haben, wir können die Merkmale davon trennen. Das heißt, wir sagen, okay, wir haben jetzt 1000 Dimensionen. Einer von diesen Datenpunkten hat 1000 Dimensionen. So, und jetzt nehmen wir uns einfach mal 500 davon her und nehmen einen Klassifikator und trainieren die ersten 500 Dimensionen von jedem einzelnen Datenpunkt. Und der zweite Klassifikator trainiert die zweiten 500 Dimensionen. Und dann haben wir zwei Klassifikatoren, die ziemlich effizient arbeiten und ja, zusammen geben die dann einen sehr guten Klassifikator. Hoffen wir, dass das funktioniert? Nein, wir tun natürlich nur das, was wir wissen. Wir nehmen an, dass wir sogenannte Feature Splits durchführen können, also dass wir eben anhand von gewissen Dimensionen trennen können. Das funktioniert nicht immer, aber meistens kann man das machen. Dazu später wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Okay, wobei eigentlich nicht später. Eigentlich habe ich gar nicht so viel zu erzählen. Es ist eigentlich wirklich bloß dieser Algorithmus, dieser Trick, dass wir aufteilen. Ich zeichne euch am besten mal ein neues Bild. Wir haben zwei Dimensionen jetzt mal. Das heißt, wir haben hier, das ist die falsche Farbe, das ist unsere Trennlinie. Wir haben hier jetzt einfach mal das hier. Also ein paar Daten, die ungelabelt sind. So, und jetzt nehmen wir an, wir haben noch mehr Daten, die ungelabelt sind und die liegen hier. Gut, und jetzt trennen wir unsere Daten. Also das sind jetzt zweidimensionale Daten, wenn man sich das so anguckt. Man kann das auf einem wunderschönen Koordinatensystem aufteilen, so wie ich das gerade gemacht habe. Und wir haben zwei Dimensionen, nämlich einmal die X-Richtung und einmal die Y-Richtung. Okay, was machen wir jetzt also? Wir teilen die Daten auf, wie ich das gerade gesagt habe. Das heißt, wir splitten, also ist jetzt egal, ob wir das unüberwacht oder überwacht oder semi-supervised machen. Normalerweise macht man es beim semi-supervised. Da macht es am meisten Sinn. Okay, wir teilen die Daten jetzt auf. Das heißt, wir schnippeln uns eine Dimension raus. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal nur die X-Dimension an. Und dann haben wir so Verteilung hier. Also das ist jetzt mal die X-Dimension. Und dann haben wir Verteilung für zwei Klassen im Prinzip. Nämlich hier einmal das eine. Da haben wir hier ganz viele Daten. Also bei wenig X. Das hier wäre zum Beispiel bei 1. Und das, oh, das ist ein bisschen fett geworden. Und das hier wäre bei, keine Ahnung, 5. Und das hier wäre bei 10 oder sowas. Gut, dann haben wir hier bei 1 bis 5 haben wir hier so einen Hubbel drüber. Und bei, ähm, achso, vielleicht sollte ich hier noch ein paar Datenpunkte mehr machen. Also hier in der Mitte haben wir ganz, ganz viele. Sonst haben wir, okay, das war schlecht. In der Mitte hier haben wir extrem viele Datenpunkte. Und am Rand sind noch ein paar wenige drin. Sonst haben wir hier keinen Hubbel, sonst haben wir sowas hier. Und dann, das, damit kann man nicht lernen. Das ist dann einfach überall gleich verteilt. Das wollen wir nicht. Okay, wir haben jetzt also hier in der Mitte, da so bei 2 bis 3, haben wir extrem viele Datenpunkte. Und hier bei so 6 bis 7 haben wir auch extrem viele Datenpunkte. Das heißt, wir haben solche zwei Verteilungen in etwa. Okay, und anhand von diesen Verteilungen kann ich jetzt, äh, kann ich jetzt einen Klassifikator trainieren. Das heißt, mein erster Klassifikator geht nur nach der x-Dimension hier und sagt mir, okay, wenn eins, äh, wenn ein Datenpunkt hier in der Mitte ist, dann ist es eindeutig diese linke Klasse hier, während wenn er hier in der Mitte ist, ist er eindeutig in der rechten Klasse. Und je weiter wir uns von dieser Mitte entfernen, desto weniger Konfidenz, ihr erinnert euch ans letzte Mal, haben wir dann, okay. So, machen wir das wieder rückgängig. Jetzt schauen wir uns die andere Dimension an. Okay, hier also immer noch viele Daten in der Mitte und hier auch. Jetzt schauen wir uns die y-Dimension an. Da haben wir hier die 1 und hier die 5 und hier die 10. Okay, so, und wenn das jetzt hier meine y-Koordinate ist, dann habe ich einen zweiten Klassifikator, also gerade eben, der ist immer noch da, der wird immer noch vollkommen trainiert. Und jetzt habe ich einen zweiten Klassifikator, der macht mir wieder sowas hier in die Richtung. Sowas hier und sowas hier. Und jetzt haben wir wieder diese Konfidenz, wenn es hier in der Mitte liegt, dann ist es höchstwahrscheinlich die eine Klasse und wenn es hier liegt, ist es höchstwahrscheinlich die andere Klasse. Sehr praktisch. Und dann haben wir zwei Klassifikatoren und wenn beide Klassifikatoren sagen, das ist wahrscheinlich Klasse A oder wahrscheinlich Klasse B, dann können wir eindeutig sagen, okay, das ist jetzt Klasse A bzw. B, wenn es auf jeden Fall so ist. Sehr gut. Jetzt, wie gesagt, man kann das Ding noch ziemlich krass erweitern. Da will ich jetzt nur kurz euch ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar, das erste ist das demokratische Code-Training. Da brauchen wir dann mehr als zwei Dimensionen, haben wir normalerweise eh, wie gesagt, wir haben normalerweise 1000 Dimensionen und teilen die dann halt in 500 und 500 auf. Beim demokratischen Code-Training machen wir mehr als nur zwei Klassifikatoren, sondern halt x-beliebige Klassifikatoren. Das heißt, wir haben dann vielleicht 500 Klassifikatoren und jeder davon nimmt zwei Dimensionen her und benutzt die. Ist auch sehr praktisch, aber dann kann man das nicht mehr machen. Wenn beide sagen, dann müsste man ja sagen, okay, wenn alle 500 Klassifikatoren sagen, das ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Klasse A, das ist ein bisschen arg krass. Ein bisschen Fehler kann man auch erlauben. Dann sagen wir einfach, okay, wenn die meisten Klassifikatoren sagen, das ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Klasse A oder B, dann sind wir uns sicher, dass es Klasse A oder B ist. Das heißt, wir nehmen einfach die Wahrscheinlichkeit bzw. eine Mehrheitsentscheidung, deswegen demokratisch. Also wenn die meisten sagen, es ist Klasse A, dann ist es Klasse A. Wenn die meisten sagen, es ist Klasse B, dann ist es Klasse B. Okay, so wie kriege ich jetzt dieses Blitz hier hin? Also wie mache ich das, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich hätte gerne eine Aufteilung genau da an dieser Dimension oder an dieser Dimension. Ich habe ja, wie gesagt, sehr, sehr viele Dimensionen, zum Beispiel 1000. Und wie teile ich das jetzt dann auf? Ich mache nicht immer 500, 500, sondern einen mache ich vielleicht mal 300, den anderen 700 oder so in der Art. Okay, wie mache ich das? Da gibt es im Prinzip nur zwei Ansätze, wobei der eine ist ziemlich fies. Also ein Ansatz, damit wir auch einigermaßen effizient bleiben. Ihr müsst bedenken, wir haben hier Datenpunkte in 1000 Dimensionen, da muss man schon ein bisschen auf Effizienz achten. Der eine macht einfach folgendes, der macht einen sogenannten Fake Feature Split. Der teilt die Daten einfach zufällig auf. Das heißt, er nimmt einfach zufällige Dimensionen und packt ihn in den einen Klassifikator und zufällige Dimensionen und packt ihn in den anderen Klassifikator. Unsere Annahme dahinter ist, dass die alle mehr oder weniger unabhängig voneinander sind. Zur Dimensionsreduktion habe ich euch ja auch schon was gezeigt. Also PCA oder sowas kann man da durchaus machen. Dann sind die meistens relativ unabhängig voneinander. Okay, der zweite Ansatz ist eigentlich, was widerlegt, was ich gerade gesagt habe. Der macht was ganz anderes, der splittet überhaupt nicht. Der nimmt einfach alle Dimensionen, so wie wir es bisher immer gemacht haben und macht es trotzdem. Das heißt, er trainiert einfach auf allen Dimensionen mehrere Klassifikatoren. Ja, ist im Prinzip so ähnlich wie unsere demokratischen Bäume, die wir auch schon gesehen haben. Aber er teilt halt wie gesagt diese Features gar nicht auf, so wie ich euch das jetzt die ganze Zeit gesagt habe. Wenn ihr da irgendwelche effizienten Ansätze habt, dann könnt ihr die durchaus in der aktuellen Forschung mal benutzen. Und ja, da könnt ihr groß rauskommen damit. Also schön überlegen, vielleicht teilt euch was Cooles ein. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht liken, subscriben und so weiter und so fort wie immer. Und Kommentare natürlich auch. Okay, wir hören uns bis dann. Ciao.